Herzlich Willkommen zurück, Leute! Wer fehlt? Wer fehlt? Ah, Ali. Hallo! Bedeutet, wir sehen jetzt erst, wer der Nacht frei bekommt im Team, oder was? Ist doch okay so, 3 gegen 3. Ich wollte grad sein, die Teams waren grad... Ali, du hast ausgewählt, oder? Jetzt ja. Weil mit Auto Select müsstest du ein Opfer reinkommen. Nee, ich hab Auto Select gemacht. Hm. Ali, mach schon nur das Gegenteil. Ja, wir machen das. Freezy aber bitte einmal anstrengen, ja? Du willst doch eine gute C&D-Runde hinkriegen dieses Jahr. Nein, Freezy ist jetzt ja gerade. Es ist gut, dass ich da gar nicht angesprochen werde. Ja, Items von dir weiß ich, dass konstant gute Leistung kommt. Ja, ey! Weil Freezy ist das immer anders. Ja, es war... Wollen wir schon sagen, dass Items Leistung auf jeden Fall konstant ist? Aber nicht gut. Freezy ist wechselhaft. Ja. Manche... Da ist schon eine Runde dabei, ist sogar der Beste. Manchmal kackt er ab. Granate geworfen. Deswegen Freezy, jetzt bin ich in eine gute Runde. Sehr gut. Guter Anfang Sachse. Aber haben wir die Map nicht schon vorher gespielt? Das ist doch cool. Was? Was? Ich habe einfach nur eine Granate in die Richtung geworfen. Items sehr konstant. Was? 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 Wenn der jetzt trifft. Okay, der ist nicht aktiviert. Der war da oben! Der war sogar oben! Was? Ich habe ihn doch hoch gesehen durch deinen Geschissen. Dalu kann in der Luft stehen. Ja, ich fliege gerade. Der ist so abgehoben, der limitiert es. Oh, hier. Piu! Surprise! Boah, da ist aber eine schöne Lichterkette. Einmal ums Fenster rum. Mal sehen, ob ich jetzt einen Gegner mal irgendwie sehe. Oder gegen einen fighter. Ja, ganz cool. Ja, Moment. Ist das ein anderer Spawnpunkt? Das war doch eine gute Runde. Den Spawnpunkt gibt es auf Crash nicht, oder? Also genau der Spawn, an dem wir gerade standen. Das war eine gute Runde, Freezy. Ja, ja. Alter! Jeder hat einen Acht-Dreigern und das Perk zweimal. Da ist oben auf dem Dach. Wie kann der durch die Mitte kommen? Es gucken zwei Leute von euch in die Mitte. Zwei Leute gucken von denen in die Mitte. Unhöflich, Sachse. Hm. Das erklärt einiges. Loll, ey. Da hat doch mein Headset falsch rum auf. Wo mein Headset? Ah, genau. Ja, die Pizza hat den Meister rechts. Ach, sei ruhig, ey. Ja, klar. Boah. Da war Teamwork. Wer hatte sein Headset falsch rum auf? Ja, das was links war, habe ich rechts gehört. Ne, erzähle nicht. Fisch. Nein, er kann es ja auch andersrum falsch rum aufhaben. Diesen Bügel nach oben. Die Sounds wären dann noch richtig. Das ist aber auch nicht gehalten. Der hat es unter dem Kinn. Der hat es unter dem Kinn. Der hat einen Visore. Freezy hat immer ein Problem bei der Headset-Wahl, weil das alles nicht immer so gut ums Kinn passt. Und so, das muss schön weich sein. Nein! Der ist schon im Haus drin, verdammt. Rommelor. Habe ich nicht mitgerechnet, Items. Ja. Erli, machen meine Fresse. Die Scheiben geflogen. Sie machen nur die Fliegen. Ey. Da doch schön. Läuft bei euch. Drei Runden, zweimal Geteamkill. Echt jetzt? Ja. Boah, Erli, ey. Der erste Ticker wirst du selber dran schalten. Nein! Doch, wir sind die Granate geblieben. Die habe ich schon drei Minuten Feuer geworfen. Die hatte halt scheinbar Zeit zu unter. Keine Ahnung. Wo war der? Ah, unten Haus. Ja, er ist oben drin. Hat gut an der Bombe kassiert. Er hat auf dem Dach. Er nuckelt gerade ein paar Schüsse. Und... Schneemann. Ich...recover... Scheiß springen, ey. Man kann... Man recovert vom Springen einfach nicht. Da konnte ich nicht mehr... Ich konnte nichts mehr machen in dem Moment, wegen nach dem Springen. Du bist voll gegen die Wand gesprungen, ey. War boing. Seitenswechsel. Seitenswechsel. Aber gegen einen mehr zu spielen, ist halt auch schwer. Ihr spielt gegen einen wenige. Nein. Nein. Das war schon richtig so. Das war schon richtig, ja. Zwei Leute mittig am Baum. Einer durch zu A. Müll, äh, bei Earthly zu Hause. Äh, noch einer? Links halt gar nicht. Einer war bei A und der andere war noch hinten bei der Terrorseile, äh, bei der Entweide da. Oh. Oh oh. Oh, Drohne. Ja. Können ableiten. Einer ist Crash, einer ist direkt beim Crash da. Go, 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 go. Wie lange wir die Drohne noch haben, zieh durch. Einer ist beim Flugzeug da. Einer ist auf dem Weg. Einer ist auf dem Weg. Einer ist auf dem Dach. Einer ist auf dem Weg. Einer ist auf dem Weg. Na ja. Vorm A Haus. Sachse down. Schön. War noch Sachse da? Ja. Achso. 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 Warte, hörst du gleich jetzt? Krallst du gleich im Hintergrund? Da ist Luft dann. Okay, okay. Das war gut. Das war gut. Wir haben die Bobbe. Item sehr konstant momentan. Find ich gut. Ich hab halt neugierst. Okay. Ich hab irgendwas mit der Neck getroffen, Alter. Alles gut, Alter. Rommelor, Rommelor, Rommelor. Nein. Oh Gott. Wie weit kann man an dir vorbeischießen, ey? Irgendwo Mitte. Einer ist oben bei A drin. Könnte auch im Dach sein. Ja, doch komm runter da. Ja. Hat gefressen. Hat nochmal gefressen. Er ist genau in der Mitte. Na. Lade du diesen Ball aufm Weg zu dir. Chill weiter. Chill. Alles gut. Hier kommt Santa Claus. Hier kommt Santa Claus. Nein. Ich dachte das war Rally. Er ist oben im A Haus. Rally ist oben im A Haus. Krass. So, wer der Spiel von euch? Ach, keiner. Schieß doch mal. Er ist oben im A Haus. Ich hab mich nicht gesehen. Er ist hochgelaufen. Er ist immer noch im A Haus. Wie dumm ist das? Das ist so, das ist eigentlich so der Grund, wisst ihr warum dieses Spiel eigentlich nur ab im Spiel. Boah. Glanted. Glanted nicht. Ne, ich dachte du hast ihn noch gehört oder nicht? Ich hab nicht geclanted. Ne, ich hab das ja extra gesagt. Achso. Ich dachte der Kuntan hatte ihn vorher schon gehört. Da hör ich ihn. Ja genau. Ja, ja. Meine Klasse. Die Tube hat sich dann den Arsch gesteckt oder? Ich hab irgendwie auch voll daneben. Die Tube ist nicht mal explodiert. Die ist im Nirgendwo gelandet. Warum? Ja. Da würd sich wohl so denken, wisst ihr so. Im Wohnzimmer werden keine Tubs gezündet. Ich weiß das nicht. Irgendwo gibts ja auch Rega. Habt alle rum. Heiland Maria die Scheiß. Banat. Heiland Maria die Scheiß. Banat. Das ist das. Erstmal der Klauschig groß geworden, der Plane. Ja sicher. Boah Kuntan. Okay. Na du schlammst ja ein bisschen auf. Okay. Wenn wir die Runde holen, jetzt wirds krass. Freu mich drauf. Kladder. Lacho Kick. Wir brauchen die Drohne Items. Roger. Ups. Da ist keiner. Tschüss. Okay haste. Perfekt. Erstmal im Auto und dann im Spawn. Der im Spawner. Ich glaub der hat noch einen gekauft. Ist auch der Einfasste. Ja unsere Leute. Ist auch der Einfasste. Ist auch der Einfasste. Du dahin. Jawoll. Oh nice. Er läuft Richtung. Nein. Eide. Mann. Du musstest doch noch. Hast du. Hast du mich gesehen? Oh nein. Ich hab dir genau ins Gesicht geguckt. Motherfuck. Ich hab dich noch nicht gesehen gehabt. Du hast schon geschossen bevor ich dich sehen konnte. Ja weil ich über die Wand einmal drüber gesprungen bin. Und dann schon gebliefeiert habe. Was ist das denn? Lickt ihm Schnee fest. Das wär auch wieder ein Blindgänger gewesen. Theoretisch wär das ein Blindgänger gewesen. Aber diesmal hat es funktioniert. Das ist aber ganz geil noch. Ja. Tut mir leid Menschen. Das ist gut. Mach weiter so Freezy. Geht das ja lang. Freezy needs gesporn. Warum? Nee ne. Was soll das eigentlich? Was denn? Weißt du wir mal in einer geheimen Mission und du so. Ich hab noch niemand die Granate geschmissen. Du Held. Warum rufst du das dann? Jetzt hast du geschrien. Ja jetzt ja. Hi Dado. Irgendwo mittig oder sowas. Im Nebenhaus. Der kleckert vielleicht gleich zu dir hoch. Probe mir mal. Okay. Er hat mich tatsächlich gesehen. Fuck. Einer im Haus. Einer kommt rein. Dalu einer ist rechts. Ne Items einer ist rechts. Ja. Einer war unten. Entscheide ich mich da mal nicht dafür. Der wollte auf das Haus hoch. Da wo ich sonst immer drauf sitze. Mh. 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 Ich sag's ja nur. Die gehen auch schon nach B. Du hast ihn grad gesehen. Ja. Ich? Nein das ist ein guter Call von Early. Lass das. Auf jeden Fall weiter. Wird richtig sein Kunan. Oh ich frag mich schon wieder auf Weihnachten. Ich auch. Auf Weihnachten. Du kannst mal die Fresse halten. Okay. Nein. Sehr schön. Hier rein. Boing. Das war klar dass da noch ne Claimer liegt. Die war bei B. Komm schon. Das ist nicht dein Ernst. Ne. Items. Einen hab ich jetzt zwar abgenommen. Aber die drei waren gerückt. Da kommen die Messerreflexe. Zack. Noch einmal geschossen. Und dann abgeschnitzt. Ja mein Messer ging in die falsche Richtung. Wegucken. Ah. Early. Einer ist auf dem Weg nach A. Hat Hits. Einer ist schon im Haus. Dann haben wir mal einen Hit. Early wohnt ist einer. Die Knight ist falsch geflogen. Unsere Dronne ist einsatzbereit. Feindliche Dronne. Yo läuft. Katze ist auf dem Dingens Obertreppe. Ja ist er. Oh ich bin down. No. Nice. Gute Drohne. Er war eine Drohne. Aufgecampt. Ja wir hatten keine die anderen Seite. Oh wow. Diese Partyeffekte dazu. Scheiße. Findest Feuerwerk. Nur teuer. Ja. Die Mine kostet viel Geld. Leider Gottes. Nein. That was a close one. Sachse ist durch. Ich. Unten im A Haus. Das aus. Das merkst du jetzt aus. Ja merkt dann. Im Haus. Hab die Bombe bei mir. Einer ist noch auf dem Weg zum A Haus. Beide jetzt da. Einer drin, einer draußen. Ah der Einer hängt auf der Treppe. Dalle wird oben auf dem Dach wahrscheinlich wieder rumgammeln. Hey. Das ist nur Deku oder? Ich glaube nicht. Komm schon. Komm schon. Okay. Early. Early. Du hast auch eine Secondary. Ich bin gar nicht sicher. Ist das Deku? Early ist halt voll Fleisch zwischen A und B. Keine Ahnung. Geht so aus oder? Ich weiß nicht. Lampenölfenbrust. Ich weiß nicht. Lappenölfenbrust. 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 Warum stirbst du denn nicht? Lappenlust. Lappenlust ist auf der Treppe da. Du hast ihn gesehen. Schönen. Sehr gut. Es ist aber ein hartes Match. Wände sind nur eine Illusion. Die Reaktionszeit ist super. Ich hatte halt gar keine. Konstante Leistung. 7-7. Alles in Ordnung. Wäre schön, wenn das ganze Team so gut wäre. Ich wusste das. Spawnen wir denn hier? Ich sag ein Spawn ist neu. Im Vergleich zum normalen. Der B-Spawn. Der ist weiter vorne. Das habe ich gerade gesehen. Braucht dich. Er ist direkt beim Crash. Ey das. Ich habe deinen behinderten dreckigen Schädel gesehen. Ich bin down. Ja doch das ist so. Irgendwo. Mitte. Keine Ahnung von gut. Das kann nicht sein. Doch. Ist er tot. Achso. Ich hätte mich auf Early-Buy verlassen müssen. Er hat voll aufgehalten. Er ist zu B gelaufen. Wird er wahrscheinlich nicht bei B sein. Oder er ist Dächer. Er plantet und geht dann aufs Dach. Ne er plantet und dann geht er wieder in irgendein Gebüsch. Der Busch. Der Busch. Der Busch. Nice. Ok. Doch nicht so nice. Ähm. Er. Clamour Clamour. Ding komm. Ja. Clamour ist oben drauf. Der Sack. Auf den anderen drei Wochen ist auch noch einer. Da ist er in der Mitte. Ok. Ob der die Leiter runterklettert ist aber auch scheiße. Er ist schon auf B unterwegs. Kommt wir von dem Dach nicht runter. Ja die Leiter geht er irgendwie nicht. Dann sieht er dich. Wenn ich jetzt, ja, ich muss auf Zeit kommen, dann hoffen, dass das ist. Aber du hast Juggernaut, wenn du in die zweite Etage kommst und da aus dem Fenster springst, überlebst du das. Ja, aber wie soll ich in die zweite Etage kommen? Ich muss ja auf ihn zu rennen und dann springen oder so. Nice. So schnell kommt er da nicht runter. Also zumindest nicht, ohne wirklich runter zu springen und dann hätte ich ihn gehört. Ich hätte ja auch die Leiter nehmen können. Ich verpack das. Dann wärst du mir ja irgendwie durchs Bild gelaufen wahrscheinlich. Leider kannst du auf jeden Fall auch runter nehmen. Ne, ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, du wärst mir durchs Bild gekommen irgendwie noch. Harley down. Genau. Harley der Gorilla. Und dann ist auf der Treppe. Ah, erste Etage. Na Leute, nicht die Bombe. Harley? Ja. War das deine? Die war aber nicht. War nicht auf dich. Ich hab's auch selbst gehört. Von unserem Team hat sich übrigens keiner bewegt. Da du jetzt grad Zeit hast, Kunti guck doch mal, ob das passt. Ja, geht. Ich hab die Runden davor schon geguckt. Gut zu wissen. Das ist mein Sekunden dran. Ist geil. Ja, also geht die Leiter oder geht sie nicht? Also die Leiter geht nicht. Ne, es geht über den Dings und Figuren. Du kommst nicht raus. Erst wenn du dich mit ner Arschdaten stellst. Äh, immer noch auf deren Seite. In deren Base. Ich glaub, er weiß nicht wie er ist. Die funktioniert. Vielleicht er funktioniert. Granate. Oben links im Fenster. In dem kaputten links. Ja. Erst vorm A-Haus. In der Mitte beim Flugzeugabschlotz ist er. Ich hab ihn erst überhaupt nicht gesehen. Mann. Da siehst du ihn in der Schale nicht mehr. Piu 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 Piu. Ich bin tot! Sack! Sack! Geh da weg! Oh mann! Ich glaub nicht was denn! Ja, ich müsste mich genauso wegdrehen! Alter, du musst bei uns nicht im Team? Ja, das war ein Teamkill. Hey! Im Haus waren Clamers gesetzt. Ich hab dich gerade getrackert. Oder was? Ja. Ein Auto ist explodiert. Die Clamers kaputt schon mal im Haus, alles cool. Oben auf Dach! Oben auf Dach! Oben auf Dach! Also, komm ich mit der Clamers nicht. Er war direkt ganz oben. Also, auf der obersten Etage oder auf der untersten Etage? Ja, ich hab aber noch zwei Gegner. Was?! Auf der Treppe, auf der Treppe! Willst du mich trollen? Hey Tims, du musst ihm helfen. Auf der Außentreppe, Loh. Ja. Oh, das ist irgendwas noch ne kleiner. Alles gelöst. Auf der Treppe? Auf der Treppe. Geht wieder nach oben. Weißt du nicht wie er mich messern konnte, aber... Bist ne Katze. Der kommt mittlere Etage, ist rüber geschwungen. Was ist denn da? Er sieht geil aus, lass ihn! Er rät, er rät nach oben! Ich hab ihn gemessert. Ne, ich hab dich gemessert. Wie hat die Person auf der Treppe die Granate überlebt? Ich war draußen auf der Treppe. Ja, ja, richtig. Genau da ist die Granate gelandet. Ja, aber du weißt ja nicht, wo auf der Treppe ich saß. Genau in der Ecke. Die Ecke, wuuu! Seitenswechsel! Will das neueste Playmobil-Set. Suche und zerstören! Wo ist denn da? Suche, Ruachas, höre! Das Ziel verteidigen! Da war ich mir so sicher, dass das ein Kill wird. Hast du geraten, dass ich da sitze, oder was? Ne, ich hab dich gesehen, wie du da hingegangen bist. Ich hab dich auch gerade gesehen. Ey, er hängt bei den Fessern in der Mitte rechts von dem Flugzeugabstürz. Boah, unten im A-Haus ist schon jemand drin. Ja. Euli, bleib doch da drauf. Du hast ihn doch gesehen. Im A-Haus ist immer noch einer gewesen. Den hättest du sicher haben müssen. Wachse. Ja. Wachse. Ja! Boah, endlich bin ich weg. Genau. So wirst du von mir abhören. Was ist hier oben, left, links, left? In der Mitte runtergesprungen vom Dach. Unsere Drohne ist einsatzbereit. Oh, das ist klar. Kann man die drohten? Fuck you. Ich bin der letzte, eins gegen eins. Wen haben wir? Der Alu. Ja, kein lustiges Match werden. Ich hab ne Drohne übrigens gerade. Ich weiß. Deswegen sag ich ja lustig. Wenn wir uns auf Diesel, hab ich ne Diesel, oder mal kurz ne? Ich hab leider noch. Ne Diesel. Merkst du! Das ist mehlich! Das ist mir außen! Das ist mir außen! Das. Das hab ich auch nicht verstanden. Was denn? Was? Du warst so nach. Ja aber... Das ist... Machen wir jetzt hier Ringelbeats mit anfassen oder was? Ne, eigentlich nicht. Ich warte darauf, dass du die Bombe legst. Ne, ich such dich. Ich bin auf deiner Ebene. Ich weiß schon, auf meiner Meta-Ebene. Du stehst rechts auf dem Tisch, wo ich stand. Ich seh dich da. Was läufst du da wieder in der Mitte rum? Geh doch nicht runter. Du musst doch die Bombe auf A legen. Achso. Wo musst du denn? Da war nichts. Ich seh nicht. Auf dem Balkon. Auf den Heli. Wo kommt man da denn drauf? Ich hab den noch nicht gesehen. Ich bin die ganze Zeit auf deiner Ebene und sag's dann immer von links nach rechts an den Fenstern vorbei. Was ist das? Wo kommt man auf den Heli hier drauf? Das ist ein geheim Mann. Ich war auch grad sehr erstaunt, wie er das gemacht hat. Oh, er ist nicht tot? Was? Du hast so einen nervigen Charakter, Alter. Juhu! Der Ingame ist irgendwie auch nicht so besonders toll. Er, die... Irgendeiner hat so ne alte Granate! Erli kommt da... Wie so ne Ratte in der Mitte durchgesneakt, ey. An Mülltonen vorbei. Zalu hinter dir. Oh Mann. Bei B liegt die Bombe übrigens Jungs, ne? Ihr wisst das schon, oder? Erli? Oh Mann. Zu spät. Ich war halt direkt losgelaufen. Ja, Erli war halt AFK, ne? Ich hab nicht gecheckt, dass das auch B ist. Holy Shit. Hat doch da das Streitband angesagt. Ja, wenn Erli im Fokus ist, dann... Ja, ich dachte im ersten Moment, dann sagt er einfach nur als... Als Dinge zur Ablenkung. Bis mir dann bewusst wurde, dass Stopp, das war Erden. Zwei aufm Weg nach A. Der wurde auf den Bomben-Spot getötet. Erli im Fokus, ne? Das ist wirklich... Oh, Kondran. Das ist unhöflich gewesen. Alter. Das Full-Flash zu überleben war nicht nett. Ich seh ihn nicht. Was? Ich seh ihn einfach nicht. Achso, dann tut's mir leid. Ich bin... Ich bin... Ich bin so was... War leicht geflasht. Ja, aber... Hier wird noch hart gesprengt, ey. In der Mitte, an den Säulen. Achso, tut's ja. Untouros. Wir enden Sie die Mission. Jetzt fängt es von Ihnen ab. Du, du, du... Eine Jingle-Pels. Hä? Der war gut. Der Freezy hat die ganze Zeit umrandet in dem Gebäude. Go, go, go. Hau rein. Du, 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 du... Warte, ich bin eh nicht am Bombenplatz... Oh, war am Dach einer. Okay, hast du... Das war mehr als einer. Ja, auf dem Dach war nur einer. Ja, ja, schon klar. Aber ich meine nur so. Auf einmal alle Rohre feuern. Oh, Mann. Langsam verschwindet er nach hinten beim Schießen. Leute, konstant. Das ist wichtig. Das ist hier. Gut mir leid. Alles cool. Mitte. Unhöflich. Weggucken. Einer im A-Haus. Einer tot. Einer pusht durch Mitte durch. Ist am Heli durch. Geht A rein vielleicht. Einer ist unten im A-Haus. Habe ich schon gesehen. Er ist Richtung Bällchen unterwegs, ja. Oh, die entschärfen. Ihr müsst los. Ja, ja. Wir gehen los. Wir sind gleich da. Wir sind beide schon tot. Ach so. Wir haben die Bombe gleich. Hast du nicht gemeint, dass du den Gegner zugucken kannst? Oh. Er sieht Early Diffusion. Hey, 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 hier. Der Diffusion. Ja, man könnte ja auch meinen, dass Early zu uns gehört. Ja. Nicht unsere Bombe entschärfen. Oh. Ja, das war wunderschön. Soll ich mich selbst kehren, damit er keine Drohne bekommt? In der Mitte irgendwie. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn getroffen, du Mixer. Ich habe dich getroffen mit der Nate. Er ist nach oben gelaufen. Ich habe so gemessert, ey. Auf jeden Fall hat er die Drohne nicht bekommen. Klub. Da ist er. Da unten. Hä? Was warnt du da? Ganz genau so ist das passiert. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das genau so passiert ist. Oh nein. Ihr lernt auch nie dazu, ne? Ne, ich lerne nicht dazu. Der Nate war kacke, alter. Das Auto hat nicht gespielt. Oh, du Arsch. Er stirbt mich. Meine Granaten explodiert. Dadurch bist du gestorben. Dem da. Meine Granaten. Nein, ich bin durchs Auto gestorben. Oben im Haus? Oben im A-Haus? Leider nicht. Oben im A-Haus oder oben am Dach? Ich dachte, du hättest nicht gesehen. Doch, doch. Der war da. Hab auch Radar gesehen. Radar? Ist nur noch Auto-Karte, oder? Ja, nur. Aim das doch weiterhin ab early, ja genau. Ja, aim weiter ab early. Es gibt jetzt bei Real mit 250 Auto-Punkte. Er ist immer noch im A-Haus, Leute. Ali, du solltest. Ja, ich geh ja schon. Er ist immer noch drin. Könnte unten jetzt raus sein. Okay. Haben wir ihn noch gesehen. Das war ein schöner Headshot. Ja, 16-Tig-Headshot. Ich war nämlich schon lange weg. Ich hatte die ganze Zeit meine Löffel am Arsch. Ich hab endlich ne Waffe gefunden, mit der man spielen kann. Ich dachte, der hätte schon hinten rausgehen können. Weiß nicht. Da war ich ja. Aber gesagt, ich hab den die Löffel am Arsch. Das hat mir das Auto getan, oder? Oh-Fuck, da ist einer. Mitte. Da ist einer. Junge, verreckt doch, Alter. wenn du nicht mehr daneben schießt es ist nicht daneben die es macht club ja dann fliegt das ding erklärt ihr das kurz ja und wenn das aufschlägt ja da sind das splitter drin ja und das zerrumpft und das 40 millimeter und so da kannst du dir vorstellen wenn es das zerrumpft da ist im umkreis so von sagen wir mal zwei metern alles weg ja aber wenn es nicht explodiert ist ja explodiert dann ist ja explodiert aber irgendwie ist die granate ist wieder an seinen schwanz abgeprallt oder am schwanz karte da ja nicht ein tiefer ja so hell hier das ist logisch dass die lampe die ausschießen kann er wird das schon nicht mehr sein ja doch auf erlis kohle ist der beste in den nebenraum er ist da drin okay er hat mich erschossen das war von der anderen seite ich dachte du hast die nate da gerade reingeschmissen deswegen bin ich da schnell vorbeigesprungen ja hör dir mal auf meine mitspieler dazu weitermachen freezy richtig gut mach doch mal deinen ausschweck digger oben auf dem b-dach einer ja und er lebt natürlich noch natürlich lebt er noch natürlich warum nicht vor nur die geworfen aber bestimmt bin doch sowieso sowieso so todsicheres ding oder ja wo wirst du das hier bin weil ich dich da reinlaufen gesehen hab du aschkeige du lernst doch nie dazu wo denn wo denn oh was denn das darf doch nicht wahr sein alle alle bei A aller und ja doch sagst du ja links warum lebt alley neben hatte er algún debatt ja das gut oder zu Ich werd gleich gemessert, hab ich keinen Bock drauf. Muss nicht runter gehen, ich würd oben bleiben. Er klebt wieder am Helikopter. Wahrscheinlich ja, hast recht. Nicht runter gehen. War er wirklich da? Nein. Andere Posi. Ach war die Bombe, ich dachte die Bombe wäre platziert gewesen. Wo ist denn das? Da guck ich auch mal rein. Also unten. Unten links. Ich wusste nicht, dass du die Pose nicht kennst, sorry. Warten wir vor uns entdeckt. Bombe fehlt. Kannst du die vorher auch noch nicht kunden ran, weil ich sitze ja regelmäßig. Doch doch, ich wusste nur nicht mehr hundertprozentig wo das ist. Leute macht's mir nicht einfach. Nö, blend also ja halt ne. Wir setzen uns sogar zur Hoffnung nur an dich. Oben auf dem Dach. Wo Dalu sonst immer hockt. Junge, fick dich doch mal. Hey, ich denke du bist tot. Warum soll ich tot sein? Hast du doch gesagt, ihr macht's mir. Hey, wer ist denn jetzt erst verreckt? Ich. Ah wow. Oh shit ey. Ich finde das ist krass. Du schätzt die Waffen halt voll, dass die halt acht Minuten schießen können ohne nachzuladen. Ja, ja, ja. Und komm, ich wär das Magazin schon leer jetzt. Tja, jetzt hab ich nachgeladen. So komm, anstreng jetzt. Das schaffen wir. So jetzt Jungfinger, zwei Kills. Warte jetzt auf den Teamkirr. Den kann man als letztes. Einer Mitte Richtung Heli. Hat einen Hit. Einen hab ich drüben bei A getroffen. Bam, bumm. Tschhhh. Der me- Ah, hat mich gesehen. Scheiße. Der ist unten drin. Ach, ich mach die drüben. Ha? Hatem ist deine Runde. Der ist vorbei. Gib auf. Komm mal, Items, wenn du die Runde holst. Komm mal, Items, wenn du die Runde holst. Komm mal, Items, wenn du die Runde holst. Nach so einem Satz musst du die Runde holen. Ey, was? Ey, wo war der Fall? Schade. Der erste war schon gerücken. Da kommt er. Ne? Ich war aber auf Sachse ausgelegt. Ich hab alles gegeben. Mehr war nicht drin. Ja, war zu schlecht. Kann man nicht anders sagen. 30 Kills hab ich gehabt. 29. Ja, hättest du mal lieber 34 gehabt. 29 ist ja nix. Wenn's euch gefangen hat, Leute. Lasst euch das schon auf jeden Fall mal an. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.